Kaum bin ich eines zu verhör, bekomme ich meine Belohnungen, weil wir hier klicken und du hast die folgenden Belohnungen verdient. Außen Stil Epis, der Kampf ist vorbei wenn ich es sage, Teil der Außen-Aufschließend. Stil Springflut Außen als zusätzliches. So für Außen. Dann der Weitere, also ohne Helm. Dann Strandräuber. So können wir in den Strand kommen. Dann Fluthaken. Top-Signal wir bekommen. Wenn es 27 erreicht, haben wir einen Wasserflieger bekommen als Kleider. Oder V-Bucks. Und glücken wir uns. Dann kannst du die Farben deines Designschirms anpassen. Aber das? Warum habe ich die freigeschaltet? Hä? Hä? Wieso? Ach so, diese Herausforderung von Woche 1 ab. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Ich habe mich gerade auch gewundert. Ähm, tja. Wenn wir gerade mal weh auf. Also, das ist so. Also, das ist so. 5 ab. Ich bin erst mal der Weitere 27. Tja, ähm. Gute da noch. Ähm, für Buchtreiter brauche ich noch zwei wöchentliche Raubfatterungen. Da muss ich Raubfatterungen von Woche 3 abschließen. Die Raubfatterungen 20 muss ich da noch machen. Bei meiner M 12. Die Raubfatterungen von Woche 5 abschließen. Und das haben wir einfach um zu verreicht haben. Das muss man. Ähm, I Battle. Fast Level 14. Niebegewöhnliche Raubfatterungen 30. So. Okay, jetzt muss man 60 sein. Braucht 6 ab und da. 40. So. 80 und da brauchen wir 50. 65. Alter, muss ich da alle machen oder was? Ich habe noch nicht mal alle. Nur noch da haben sie für sie eine Cyro zu. Popsüße. Ähm. So. 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 nächsten mal